Hallo und herzlich willkommen zu unserem 19. Rennen. Wir fahren heute in Singapur. Also mal endlich wieder ein nicht europäisches Rennen. Und wie ihr hier im Hintergrund schon die Rennstrecke sehen könnt, ist die relativ groß geworden. Wir haben viele neue Sachen eingebaut. Zum Beispiel die Trichter bei der oberen Fläche und wieder die Separatoren. Aber reden wir nicht länger drüber. Ich zeige euch erstmal hier schön unseren Streckenverlauf. So, dann habe ich hier wie immer einmal die rote Linie mitgezeichnet. Wir gucken uns oben rechts mal kurz die Rennstrecke mit den drei Sektoren an, wie das Ganze aussieht. Und dann starten wir auf Start und Ziel. Ich ziehe euch das jetzt mit der roten Linie nach. Einmal von unten rechts. Da fangen wir an. Ja, jetzt diesmal mal ein Regenrennen. Mal was Neues. So, dann starten wir. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen hier mit der Linie. Ziehen die nach oben. Dann in den ersten Links-Rechts-Knick. Hier gibt es drei verschiedene Geraden, die unterschiedlich schnell sind. Dann gehen die Murmeln weiter auf dieser Langgeraden. Dann eine kleine Rechtskurve und dann wieder weiter auf einer längeren Geraden. Dann den Rechts-Knick. Und an der Stelle habe ich hier meinen Lift eingebaut. Man kann auch immer schön sehen, wie die Kugeln gerade nach oben gehen. Dann gehen sie über diese Bodenplatte drüber, diese lange Gerade. Dann kommt eine Linkskurve. Da ist dieser neue Trichter, den ich habe. Dann gibt es mal länger kurz, länger kurz. Dann gibt es mal eine längere Passage, wo man nicht überholen kann mit den Murmeln, bis es dann auf diese lange Gerade runter zu dem Separator geht. Dort wäre die, lasst mich kurz überlegen, die erste und die dritte Kugel jeweils die längere Strecke nehmen. Und die zweite und die vierte haben da ein bisschen kürzeren Weg. Anschließend muss ich kurz mal warten hier, bis das Fahrzeug weiter ist. Jetzt geht es eben in den Separator rein. Und dann entscheidet sich eben, wer ganz am Ende wieder auf Start und Ziel in die schnellen Geraden bzw. in die langsamen Schienen reinkommt. Ich habe auch hier an der Stelle, wo wir gerade sind, mal diese neuen Schienen eingebaut. Die machen das Ganze ein bisschen flexibler. Dafür sieht es für euch ein bisschen schöner aus, wenn die Kurven dann einfach realistischer sind, sage ich mal. Und nicht nur so eingeschränkt, wie es eben bei Gravitracks mit den sechs Möglichkeiten ist. Dadurch wird einfach die Rennstrecke auch vom Bild, wenn ich das jetzt mit der roten Linie nachzeichne, ein bisschen runder. Nicht wundern diesmal, weil wir so eine riesen Rennstrecke haben, werdet ihr gleich feststellen, dass das Leaderboard oben bei dieser Aufnahme hier ein bisschen kleiner ist. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich mich jetzt mal daran ausprobiert habe, die gesamte Rennstrecke hier übereinander zu legen. Aber ich wechsle einmal hier kurz die Szene und dann reden wir auf der anderen Seite weiter. Und jetzt werdet ihr oben gerade feststellen, Ferrari startet als Erster, Mercedes Zweiter, Lotus Dritter und Red Bull Vierter. Wir fahren elf Runden, dann kommen wir auf fünf Minuten und legen hier mal los. Ihr seht schon, die Rennstrecke ist riesengroß, deswegen diesmal die Zeichen mal ein bisschen an einer anderen Stelle. Ferrari kommt hier als Erster durch, Mercedes Zweiter, die Reihenfolge bleibt erstmal gleich. Aber Mercedes kommt knapp am Ferrari hier vorbei und auch Red Bull kann an Lotus vorbeiziehen. Jetzt geht's auf die Start- und Zielgerade, da kann sich Red Bull einen kleinen Vorteil und Red Bull zieht auch knapp am Mercedes vorbei und Lotus auch. Also schlechter Start hier für Mercedes und da fällt mir immer wieder an dieser Stelle ein, dass ich halt das Leaderboard immer wieder aktualisieren muss. So, machen wir an der Stelle. Also hier wirklich eine lange Runde, deswegen kommen wir insgesamt nur auf elf Runden. Nur, ist ja trotzdem viel. Und früher haben wir, glaube ich, mal eine mit acht Runden gehabt. Also Ferrari hier in Führung, können die Führung auch behalten und Red Bull kann da nicht nachziehen, sondern jetzt hier im Windschatten, kann auf der Start- und Zielgeraden vorbeiziehen und geht jetzt in Führung. Und auch Mercedes, ja, knapp hinterm Ferrari, kann aber zumindest den Lotus wieder überholen. Und dann gehen wir in die dritte Runde rein. Auch bei der Aufnahme hier kann man richtig schön sehen, wie über mir der Lift da nach oben fährt. Das ist eben hier elf Runden hintereinander, die Kugeln durchhalten, ohne da irgendwie zu crashen. Mal ohne Cut, das ist auch mal was Schönes. Und dann gehen wir hier in die dritte Runde. Red Bull vorne. Der Ferrari kann hier ein bisschen die kürzere Linie fahren und der Lotus kann sich wieder zurückfahren auf den dritten Platz. Ist jetzt hier knapp hinterm Red Bull. Ferrari schon im Lift drin. Und jetzt Mercedes kurz hinter Lotus und Red Bull. Alle knapp hintereinander. Dann geht es in die vierte Runde rein. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Mal ein bisschen größer bauen. Ich habe ja die Bauteile mittlerweile alle zusammen. Ist dann schwierig, das auf dem Bild zu bekommen. Deswegen jetzt die Idee, das Ganze hier in Vollbild zu machen. Und dann muss ich immer gucken, wo mache ich so die kleinen Zeichen hin, dass das Ende dann auch passt, sage ich mal. Dass alles irgendwo seinen Platz findet. So, Red Bull geht hier in Führung. Ferrari zweiter, Mercedes und Lotus knapp dahinter. Und wir gehen in die Runde fünf. Upsala, habe ich mich verkopiert. So, dann schauen wir mal hier. Ja, Mercedes kommt hier ein bisschen schneller über diese Bodenebene. Wenn man da die mittlere Linie nimmt, ist es ein bisschen schneller, als wenn man da am äußeren Rand lang fährt. Ferrari kommt hier knapp an den Red Bull ran. Kann jetzt im separaten... Oh, bleibt da ein bisschen hängen. Wird durch den Lotus wieder angestupst, aber es hat trotzdem Zeit gekostet. Also die Führung hätte auch größer sein können. Jetzt haben wir hier zwei Zweier-Grüppchen mit Ferrari, Lotus und der zweiten Gruppe, Red Bull und Mercedes. Es ist aber noch alles drin. Ich aktualisiere euch das wieder. Und wir haben die Halbzeit jetzt gleich erreicht. Runde sechs. Und dann geht es weiter. In der transparenten Ebene da oben, da wird man vermutlich kein Überholmanöver sehen. Aber trotzdem ist es wichtig, welchen Pfad nimmt die Kugel, weil das kann da eine Menge Zeit kosten. So, Lotus jetzt vorne. Mal gucken, ob der Red Bull da vorbeiziehen kann. Das wird richtig knapp. Ja, richtig knapp. Ferrari knapp in Führung hinter Lotus. Die bleiben jetzt da im Lift so ein bisschen hängen. Jetzt sind alle vier Kugeln, die direkt hintereinander. Wir gehen in die Runde sieben. Noch fünf Runden insgesamt. Und Ferrari hier als erstes durch den Bild. Und jetzt hat man es gut gesehen. Der Red Bull ist hier in die Mitte durch. Wenn ihr das mal verpasst, dann spult einfach mal die zehn Sekunden zurück. Und da konnte man jetzt schön sehen, wie Red Bull da auf der Ebene gut aufholen konnte. Und jetzt hier knapp am Lotus dran ist. Da gehen wir in die Runde acht. Noch drei Runden. Jetzt kommt es darauf an, hier wertvolle Punkte für die WM zu sammeln. Wir sind schon in Renn Nummer 19. Wenn ich das mal hochgerechnet habe, müssen wir ungefähr auf 26 Rennen kommen. Und ich habe mir auch schon überlegt, wie wir in der nächsten Saison da weitermachen können, dass wir dieses Format weiterführen. Dann mit der neuen goldenen Kugel können wir das Team Renault machen. Und ich werde auch zukünftig das Lotus-Team umbenennen in Aston Martin ab dem nächsten Rennen. Da werden natürlich alle Lotus-Fans in Deutschland, alle Aston Martin-Fans werden da aufschreien vor Freude. Jedenfalls wird Lotus für den Rest der Saison dann umbenannt in Aston Martin. Und nächstes Jahr kommt dann mit der gelben Kugel der Renault dazu. Und jetzt schauen wir mal hier die letzten paar Runden. Ferrari hier in Führung. Knapp vor Mercedes jetzt in dem Separator. Da wird Mercedes jetzt vorbeiziehen können. Und auch Red Bull wird am Lotus vorbeiziehen. Kann sogar fast noch beim Ferrari aufschließen. Ist jetzt knapp hinten dran. Ferrari nimmt da die innere Linie, geht dadurch wieder in Führung. Lotus knapp hinter der Zweiergruppe von Red Bull und Mercedes. Und wir gehen in die zehnte Runde rein. Nur noch zwei Runden. Ferrari hier mit einem ganz leichten Vorsprung. Alle sind dicht hintereinander. Da sind wir jetzt mal gespannt. Hier Ferrari geht jetzt durch die Mitte. Hier auch Red Bull durch die Mitte. Und Lotus nimmt den längeren Weg. Da hat man schon gesehen, wie es sich dann so ein bisschen verschoben hat. Also das sind schon so drei Gravitrad-Steine, was die Distanz angeht, die man da gut machen kann. Grob geschätzt. Und Ferrari zieht hier außen vorbei. Souverän. Und der Red Bull schafft es nicht. Ist damit jetzt auf dem letzten Platz und geht somit in die letzte Runde mit den schlechtesten Karten. Runde 11. Letzte Runde. Wer wird das Rennen in Singapur gewinnen? Wir sind jetzt mal sehr gespannt. Und schauen uns das mal an. Alle nehmen die äußere Linie. Alle. Sogar Red Bull bleibt sogar ein bisschen hängen. Lotus geht hier in Führung kurz vor Ende. Jetzt in den Separator rein. Und Red Bull und Ferrari. Ferrari wird vorbeiziehen an Lotus. Und Mercedes schafft es nicht. Wird damit letzter. Und das Rennen ist vorbei. Ferrari wird erster. Lotus zweiter. Red Bull dritter. Und Mercedes vierter. Und ich blende euch einmal hier das Leaderboard ein. Wie sieht es wie folgt aus. Wie beim letzten Mal war ja so ein kleiner Grafikfehler drin. Ich habe das Ganze jetzt korrigiert. Und das ist das aktuelle Leaderboard. Das Einzige, was mir gerade auffällt, ist, dass es wieder das Falsche ist. Äh, gebt mir eine Sekunde. Ich habe das Ganze hier. Dann lese ich es euch kurz vor und schreibe es dann in die Videobeschreibung nochmal rein. Das aktuelle Leaderboard ist folgendes. Ich mache hier einmal. Bildschirmvertrauen kriege ich nicht hin. Also das aktuelle Leaderboard ist doch genau das hier. 57 Punkte für Ferrari. 5 Punkte. Dann 51 Mercedes. Red Bull holt 2 Punkte. Und Lotus holt 3 Punkte mit dem zweiten Platz. Und damit ist es doch, sorry, das aktuelle Leaderboard, was wir haben. Dann haben wir jetzt gerade zwei Leute auf Platz 2. Lotus ist wieder dran. Ein oder sagen wir mal zwei Siege noch. Und die werden wieder direkt an Red Bull, Mercedes und der Ferrari Gruppe dran. Ferrari zieht gerade ein bisschen weg, aber wir haben ja noch, wie gesagt, ungefähr sieben Rennen. Wir müssen mal gucken. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Da freue ich mich immer auf euch. Und dann wird als nächstes ein Video kommen, wo ich eine Bahn auf einem Tisch gebaut habe mit zwei verschiedenen Ebenen. Also das nächste kein Form 1 Video, sondern mal wieder eine schöne, normale Murmelbahn. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.